Arbeitszeit ist Lebenszeit, sagt Janine Mehner. Sie kombiniert tatsächlich Leben und Arbeiten, wie ich finde, auf sehr inspirierende Weise. Sie arbeitet als Moderatorin und reist tatsächlich gleichzeitig oft mit ihrem Van durch die Gegend. Gypsy Lifestyle nennt sie das. Ich habe halt diesen Platz in mir. Nichtsdestotrotz, ja, irgendwo brauchst du halt so eine Base. Es ist einfach und privat bin ich minimalistisch unterwegs. Beim Moderieren habe ich halt wahnsinnig viele Sachen. Da hatte auch mal ein spanischer Polizist zu mir gesagt, gehen Sie nach Hause. Und ich habe gesagt, das ist mein Zuhause, der Van ist mein Zuhause. Viele brauchen das, diese Sicherheit oder andersrum, die haben Angst zu dieser Unsicherheit. Und wenn man da einfach im Flow des Lebens ist und sich tragen lässt und im Vertrauen, und das ist das, was ich meine, das ist hier drin und dann brauchst du diesen einen Ort gar nicht.